Wieder ein Hallo, wieder der Dicke Yoshi, wieder mal ein Video, was ich euch näher bringen möchte, und zwar der Film Big mit Tom Hanks, ein sehr berühmtester Film, würde ich sagen, mit ihm. Ein kleiner Junge wünscht sich nicht, sehentliches, endlich groß zu sein oder erwachsen zu sein, und siehe da, er ist dann erwachsen und sieht immer etwas zu Vorteil und etwas zu Nachteile, das es gibt. Cooler Film, kam auch schon sehr oft in Free-TV, ist schon, wie soll ich sagen, auch schon Kult-Status, würde ich sagen. Bild ist okay, der Ton auch, ja, kann man eigentlich gucken, die berühmte Keyboard-Szene, die immer sehr oft nachgespielt wird. Drinnen normal, schlicht, gehalten, ganz normales Ding. Für eine DVD okay, leider, dieser hält sich auf, naja, ein aufgedrucktes Sticker, aber sonst ganz nett. Also Big mit Tom Hanks, das war's.